Kommt ein zweiter Anbau an das Staatliche Museum Schwerin neben dem Ueckerbau? Der Kunsttempel steht vor einer weiteren bedeutenden Schenkung. Der Sänger der Band Rammstein, Till Lindemann, feiert international große Erfolge mit seiner Ausstellung Küchengerätezyklus, der Stabmixer und Fokus der Dialektik. Eine Symbiose von Natur und Technik wirft die Frage nach der Herkunft des Individuums und seiner zerstörerischen Urkraft auf. Der Stabmixer, Sinnbild der Universalität moderner Erfindungen, wird hier in Hyperproportionen zu seiner Wirtschaftlichkeit dargestellt. Die Pläne für einen neuen Anbau an das Museum sind weit fortgeschritten. Wir wissen nicht genau, ob er kommt, also der Anbau. Wir haben da noch eine ganze Latte an Arbeit vor uns. Aber das Ministerium hat uns schon eine große Finanzspritze in Aussicht gestellt. Erste Entwürfe gehen von einem hoch aufragenden Gebäude aus, also ähnlich einem altägyptischen Obelisken. Aber wir wollen uns nicht allzu sehr auf diese Variante versteifen. Nach übereinstimmenden Medienberichten bereitet Lindemann eine weitere Ausstellung vor. Lack und Leder, praktische Tipps fürs Fensterputzen. Bauchonferenz そita März